Moin moin YouTube! Nächste Runde, wer bin ich? Game of Thrones Edition, wie immer Spoiler-Warnung am Anfang, könnte Spoiler geben bis zur letzten Staffel, der letzten Folge, Staffel 7, Folge 7. Ja, mit dabei ist wie immer Kai, wie immer, wie letztes Mal. Jetzt sehen wir mal, wer wir sind, mal gucken. Ich hab ne 6 Gewürfel. Oh, das ist cool, das ist cool. Ja, Kai hat ne 6 Gewürfel, dann gewürfel ich wahrscheinlich jetzt ne 7. Ne, ne 5. Okay, also dann magst du mir mal verdeckt deine Karte in meine Hand legen, wie letztes Mal auch. Gut. So, und wer jetzt wissen möchte, wer Kai ist, darf gleich gucken, und wer nicht wissen möchte, sollte weggucken, und zwar weggucken. 3, 2, 1. Jetzt, tu ich auch. Und dann kann Kai die Karte auch umdrehen. Ich mach's wieder zu in 3, 2, 1. Ist wieder zu. Sehr schön. Und ich kann wieder gucken. So. Also. Das ist einfach was Besonderes diesmal. In der letzten Folge war der Überschritt. Mit Doppeltommen. Ähm, ja. Äh, so, du fängst an. Ja. Bist du ein Mann. Ja. Das ist nicht toll, das mit Doppeltommen ist einfach der Shit. Ah, na, 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 bist du über 40. Ja. Wir haben circa einige bei Grauburm, dass er nicht über 40 ist. Ja, ja, ja. Ich hab auch schon gedacht, so, bei denen kann ich nicht sagen. Also 40 oder 40, Jamie ist ja 40. Ja, Jamie ist in der ersten Staffel 40. Also ist der in der letzten Staffel 47? Also, also ist er über 40. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Echt? Ja, bin ich ja. Also lass auf. Ja, ja, ja. Also dann ist Jamie ja in der letzten Staffel 47, ne? Wenn jede Staffel ein Jahr ist. Rob und Ramsey. Ja, 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 ja. Jacken. Rob ist, glaub ich, auch schon über... Ne, oder? Der ist nicht über 40, das... Viserys? War der? Der ist ja über 40. Der ist irgendwie so... Der müsste Mitte, Ende 20 gewesen sein, in der Staffel ist, der gestorben ist. Okay. Der ist irgendwie so 10 Jahre älter als seine Schwester oder so. Ja, da hätten wir es jetzt, glaub ich, noch erstmal. Ich würd auch sagen. Dario, du wüsst es nicht genau, aber es kanns offen lassen. Es ist eine, eine mehr oder weniger, als es so wird. Okay. Ähm. Drop me that question, bitch. Hast du als... Ne, oder? Warst du jemals an der schwarzen Festung? Ja. Aber da waren ziemlich viele. Aber gut, ein paar waren da auch nicht. Der war nett, der war nett. Der war locker schon mal da. Der war locker schon mal da. Der hat locker irgendjemanden dahin gebracht oder so. War das dann Sammy war nicht da? Äh. Yora war nicht da. Der Yori. Weiß ich nicht. Der war locker schon mal da. Jeder von den Starken. Gregor. Hodo war nicht da. Doch, Hodo. Ne, war Hodo da? Weiß ich nicht. Hodo war nicht da, oder? Wenn du es nicht weißt, das sind offen... Oh, ne, das ist eine scheiß Frage eigentlich. Das ist mir auch nicht was. Ne, das geht. Weil das sind nicht so viele... Also, es ist immer mal anders da. Hast du in der Nachtwache gedient? Ja. Ne, Night's Watch. Ja. Gedient. Ja, also Teil der Night's Watch war diese Person. Ja, gut. Dann kann ich ja die hier alle vertrauen. Theorin war da, hat aber nicht gedient. Stannis war nicht da, hat nicht gesehen. Hat nicht gedient, hat nicht gedient. Doch, der hat gedient. Der Nachtkönig hat auch gedient. Der Zwiebelretter kann aufhaken, oder? Ach, ne, wo war... Ah, wo war er? Doch, der war... Der hat... Ja. Schwierig. Tjo. Das ist jetzt schon... Ja, Junge, kannst du noch eine Nein-Frage stellen, bitte? Ne, irgendwie nicht so. Ähm... Bist du älter als 10? Ja. Hast du einen Bart? Ja. Also da kann... Der Alisa, äh, Thorne, der hat für mich keinen Bart. So, oder? Hat er einen Bart? Nee, 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 nicht auf dem Bild. Wenn er dann nur so stoppelt halt. Ja. Ja, bist du Benjen oder bist du, äh, Gior? Mormont. Oh, die Musik passt grad voll. Hm. Das ist Gior, Mormont. Halt's Maul! Ja. Oh, easy. Easy Runde, wenn ich überhaupt, ne. Das wär echt wahr. Das wär sau schwierig gewesen für dich. Ja, Alter, hab ich gestern... Ich war die Ori. Ja, die Ori war... Irgendwann, ich brauch gar nichts umdecken für nächste Runde, ist doch gut. Ja, das war eine schöne zu Null-Runde. Hat er mich ein bisschen weggeflext, ne. Ja, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne. Tschüssi, du. Tschüssi, du. Tschüssi.